Hallihallo und herzlich willkommen zu Wladimirs Weg zur Legende und ich bin Wladimir und wie immer spiele ich mit euch jetzt Halfzone Ranked und fangen wir dann schon mal an. Ich bin derzeit der Rang 18 oder 19. Rang 18 wusste ich so. Und wir spielen mit einem Hexenmeister Zoolog, den ihr an der rechten Seite hier sehen könnt. Fangen wir an. Wir haben, glaube ich, eine Siegesträne hinten. Mein letztes Spiel war gestern und so richtig erinnere ich mich nicht mehr daran. Ja, das ist nicht so ein gutes kurzer Ergebnis. Macht aber nichts. Was steht dann da wieder? Goldene Karten hinterlassen nach der Entzauberung eine Menge Staub. Ja, natürlich, es ist ein Golden und, naja, wenn ihr eine Goldene normale Karte habt, dann ist es so, lala, aber eine Goldene, epische, die ihr nicht braucht. Wie immer mag ich nicht den Schamanen-Gegner-Team, aber wir wählen mal die beiden weg und schauen mal, was wir tun können. Sehr gut, sehr gut. Okay, ich lege den. Dann kommt Michael Saas-Wichtel von mir und als nächstes nehme ich dann den besessenen Dorfbewohner. Ja, das ist dann die beste Option. So. So. Okay. Good, also. So, was tut der jetzt? Er müsste jetzt zwei Karten mit Überladung spielen. Ne, drei Karten mit Überladung spielen, um fünf Schaden zu machen. Okay, das wird ihm wohl reichen. Okay, okay. Ich brauche eigentlich den Typen hier. Ich brauche ihn. Dann gehen wir einfach in sein Gesicht. Denn ich bin jetzt der Meinung wirklich, dass er jetzt zum Terrorwolf Alpha geht und dann... Ja, er geht auf den Terrorwolf und jetzt will er manches als Wichtel töten. Genau. So, was tust du, Amigo? Er geht jetzt eigentlich in mein Gesicht. Ich würde sagen, er geht in mein Gesicht. So ist... Den will ich und den brauche ich auch nicht. Und dann macht er das. Er macht's einfach. Er reinigt mein Board. So, ich habe jetzt eine wichtige Überlegung. Gut, ich lege die Karte. Die beiden werden abgeworfen. Die behalte ich. Er macht, er reicht's einen Schaden in mein Gesicht. Kann sogar noch mehr. Ich frage mich ab. Okay, ich mache das so. Okay, der Messer-Jungleur geht weg. Und der Messer-Jungleur den kriege. Und noch eine Karte. Ja, die Frage, was man jetzt tun soll. Okay, gut. Gut. Da sind wir erst mal hin und krieg. Das ist so böse, diese Karte. Ich frage mich. Leg diesen Apfel auf euren Kopf. Wer fragt es, mich zu beschwören? Hm, sieht aus, als ob ich verloren hätte. Das Spiel, ja. Ja, so sieht es aus. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ihr könnt die Quali, die ihr nicht aufhalten. So, elf Schaden. Ich mache ihn jetzt elf Schaden direkt in sein Gesicht. Also elf Leben hat er noch, elf Schaden mache ich jetzt direkt. Er muss das Board leeren. Er wird gezwungen. Das wird er gezwungen zu tun. Sechs Schaden, fünf Leben hat er noch. Ich habe leider kein Seelenfeuer mehr, da all mein Seelenfeuer weg ist. Okay, die Karte bleibt noch. Okay. Wer ist dafür verschwendet? Oh, shit. So, das ist wahrscheinlich gut gespielt. Gut gespielt. Ja, schön. Schön. Und fertig. Nutzen tut es mir nicht mehr. Vier, zwei, zwei, sechs, sieben. Siebzehn Schaden, fertig. Ich hätte auch einfach das und das zusammenrechnen können. Das sind schon zwölf Schaden. Und ich bin fertig und deswegen geben wir jetzt einfach mal auf. Weil er spielt jetzt mit uns, legt einfach bloß Karten. Zeitfaktor dürfen wir auch nicht vergessen. Ein Stern ist weg. Noch, wenn wir jetzt noch ein Spiel verlieren, dann sind wir halt Stufe 17. Aber, das macht uns nichts aus. Denn wir wollen, wenn wir jetzt noch ein Spiel verlieren, dann sind wir Stufe 19 und nicht 17. Ich glaube, ich habe sieben gesagt. Das war vielleicht der Tier 1 Schamane, der gerade mit dem Malygos-Droide ganz gut fährt und fast alles besitzt. Und gegen den hatte ich letztens eine Statistik gesehen, dass der Hexenmeister, also mein Hexenmeister, den ich gerade spiele, glaube ich 40% Siegchance hat. Leider waren es nicht die 40. Da haben mir noch elf Schaden gefehlt in sein Gesicht. So, jetzt gegen Magier, gegen Magier mag ich es. Aber ich mag natürlich nicht gegen Frostmagier, Frostmagier. Das ist immer so eine Sache. Hm. Joa, nehme ich die mal weg. Weil ich würde gerne einen Zweier haben. Einen von den beiden lege ich dann gleich. Joa. Wenn ich jetzt Malygos-Droide lege, dann wird er so magisch angezogen und alle wollen auf ihn angreifen. Deswegen vermute ich, dass ich Malygos-Droide nehmen werde. So. Was können wir jetzt tun? Das ist immer die Frage, die wir uns alle stellen auf der Welt. Was können wir heute tun? Okay, ich spiele jetzt mal so, wie ich spielen wollte letztes Mal. Das habe ich euch nicht gesagt. Sondern ich wollte meinen Mana schon jetzt ausgeben, damit ich gleich mit ihm vier Schaden in sein Gesicht mache. Vier Schaden, Leute. Er wird jetzt wahrscheinlich den hier töten. Oder auf den gehen. Oder, was natürlich auch ab und zu passiert bei Ranked. Er gibt auf. Einfach so. Naja. Bitte nicht ihn. Bitte nicht ihn. Bitte nicht ihn. Das ist böse. Das ist böse. Und zwar sowas von böse. Das war böse, böse. Aber da lege ich das und alles macht er weg. Er klirrt das gesamte Board. Einfach schlimm. Schlimm, schlimm. Ich habe ja kaum was, was ich gegen ihn jetzt setzen kann. Ne. Schlimm, schlimm, Leute. Und noch sowas hat er. Mann. Ich habe den schlimmsten Fehler gemacht. 15 Leben. Noch 15, Leute. Ich habe sogar meine Mana falsch gerechnet. So, weil er muss jetzt beide opfern, um ihn zu töten. Muss er. Oder er tut es nicht. Ich habe genau das, was ihr braucht. Er tut es wahrscheinlich nicht. Ich würde es auch nicht tun an seiner Stelle. Ich würde es einfach aus seinem Gesicht gehen, da sechs Schaden sind. Ja. Schlimm, schlimm, was in dieser Welt passiert, Leute. Schlimm, schlimm. So, dann töten wir den. Dann verleihen wir unsere Superbrigade. Power. Und dann plus Zauberstamm plus ein. Dieses Mann, die mir auch ein Zaubergewicht hat. Gut, was passiert jetzt? Nichts passiert. Wahrscheinlich, wenn ich ein Zauber will, wird er geblockt. Konnte der ihn. Jetzt wahrscheinlich mit Schaden. Frostmagier. Oh nein. Frostmagier, Leute. Frostmagier. Oh nein. Oh nein. Ich mache noch stärker mich. Aber ich weiß, was jetzt kommt. Es wird jetzt Feuersturm kommen. Er hat Feuersturm auf der Hand. Nein, ich kann gar nicht hinsehen. Na? Kein Feuersturm? Doch, Feuersturm kostet ein weniger. Hat er nicht. Gut, das war uns alle getötet. Dafür bedanke ich mich bei ihm. Okay. Auf in die Bresche. Auf! Abgemacht. Ah, falsch. Ich wollte mit ihm angreifen. Nee. Na schön. Meine Güte. Ja, Schildblock. Super duper. Mein Schild für Aris. Jetzt mal wenn... Nein. Kein Zauberball. Kein Zauberball. Kein Zauberball. Kein Zauberball. Und was kommt? Schon wieder ein Geheimnis. Wichtige Geheimnis rein. Den ich mag... Jetzt. Jetzt hat er genug für den Zauberball. Ich muss ihn jetzt fertig machen. Jetzt oder nie, Leute. Jetzt oder nie. Erstmal einmal in sein Gesicht forttasten. Okay, okay. Jetzt nachdenken. Okay, okay. Wir haben nicht genug Schaden, aber... Egal. Ich lege den. Und den. Was passiert jetzt? Äh, es gibt auch noch einen Zauberer, der macht dich immun, ja? Einen Zauber, der immun macht. Komm, jetzt Feuerball. Ja, jetzt kommt Feuerball. Eislanze? Das habe ich schon kaum gesehen, Leute. Genau, wie ich dachte, Leute. Leg diesen Apfel auf euren Kopf. Ich habe einen dummen Fehler gemacht. Was kommt jetzt? Feuersturm? Feuerball. Er hat den ganzen Tag einen Pyroschlag. Die ganze Zeit. Oh, wir sind in Rang 19. Oh, das war doof. Das war wirklich, wirklich doof von mir. Warum habe ich ihn nicht geschafft, früher zu besiegen? Warum nicht? Ich weiß es nicht. Ich muss mir das wieder ansehen und zu analysieren, warum ich es nicht geschafft habe. Das ist richtig, richtig doof. Aber alle guten Dinge sind drei und wir haben noch etwas Zeit und ich versuche noch immer Legende zu werden, wie das Format heißt. Bei dem ja auf dem Weg zur Legende, glaube ich, habe ich es jetzt so genannt. Und, naja, mit einem Zoolog haben wir nicht die besten Chancen, auch wenn für Leute, die jetzt aktuell das scheinen. Es wurde auch hier eine neue Erweiterung angekündigt, Gadgets dann. In der steckt meine ganze Hoffnung, kann man sozusagen sagen. Weil, die hat nette Mechaniken, Gangs, also Banden und Karten, die für mehrere Klassen bestimmt sind. Ich bin gespannt, wie sich, wie alle Karten so aufeinander wirken und wie sie harmonieren oder nicht harmonieren werden. Also, das frage ich mich. Okay. Na ja, nehme ich die Gottesschild. Die kostet bloß eins und mit dem Ratsherr kombiniert sie sehr gut. So, sind das nicht ein Messer oder ein Spottdiener, den ich nicht mag? Ah, der Typ. So, machen wir jetzt schnell Bordkontrolle. Und versuchen jetzt auf sein Gesicht zu gehen. Fünf Schaden kriegt er locker. Plus zwei sind sieben Schaden gleich. Ja, okay. Jetzt schaut er sich die Karte erst an. Gut. Geht auf ihn und nicht auf den wichtigen. Das ist sehr gut. Jetzt würde es mir passen, sehr persönlich, wenn er jetzt ein starkes Monster legt. Ich muss den töten, den, den. Den würde ich noch behalten. Ja. Super. Super. Wo habe ich jetzt genug, ist die Frage. Eins plus zwei sind drei. Plus, das sind fünf. Eigentlich haben wir nicht genug. Mal sehen, worin der Schaden geht. Okay. Ja, er ist weg. Super. Super, der Depp da ist weg. Das ist sehr, sehr gut. Dass er jetzt schon Brawl benutzt. Es wird natürlich ein Diener von mir überleben. Ja. Ne Krake. Ne Krake. Ja, mal ziehen. Frisch angefangen zu leben. Ja, dann lege ich ihn mal. Und auf die Seite noch gehen. 17 Leben zu 23. Tausern müsste ich vernichten. Wann es da so schnell es geht. Hm. Ja. So, muss ich es gleich deichseln. Was machst du? Was machst du? 15 Leben hast du. Ich will dich vernichten. Fünf Rüstung. Okay. Fünf Mana noch. Kann eine gute Karte lehnen. Willkommen beim großen Turnier-Champion. Oh nein. Oh nein. Leute, diese Karte mag ich überhaupt nicht. Die er gerade ausgelegt hat. Oh, wir ziehen erst mal eine Karte. Vier, zwei, sind sechs. Naja. Ich frage mich, ob... Ihr habt mir gar nichts zu sagen. Mein Schild für Argus. So, machen wir es. Das ist schon sehr gut. Sehr, sehr gut. Er wird sich wahrscheinlich zweimal ein vier Schild geben. Vier Schild will jeder haben, also. Ich weiß nicht, ob sie zweimal nutzbar ist. Oh, shit. Oh, shit. Er will das Board klären. Er will... Den töten. Er will einfach alle töten. Was tut er? Was tust du, mein Freund? Was tust du? Was tust du? Okay. Und jetzt spielt er auf Glück. Komm schon. Er gewinnt, natürlich. Die Wahrheit ist dir dringend. So, mein Freund. Wie wüsste ich es jetzt mal? Brawl hat er jetzt schon zweimal verwendet. Also, ähm... Chaos. Oder wie heißt das? Gemützel, glaube ich. Scharmützel. Scharmützel hat er schon zweimal verwendet. Gut. Er geht auf mein Gesicht. Er geht auf mein Gesicht. Direkt auf mein Gesicht. Ich mag... Ich mag diesen Typen, dieses Steak nicht. Habt ihr das Artefakt? Okay. Ich denke nach, Leute. Damit ihr wisst, was ich nachdenke. Sieben Schaden zu machen. Unwahrscheinlich. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich brauche einen Spott. Ich brauche einen Spott. Das ist ganz einfach. Drei plus drei. Ich kann die... Ich schaffe es nicht, beide Monster zu tun, oder? So, jetzt... Jetzt habe ich die Karte, die ich brauche, Leute. Aber ich habe verloren. Denn ich sage ja bloß, die Karte lege ich. Oder? Oder in sein Gesicht? Ah, er hat ja... Weil, ich erkläre es euch mal kurz. Die Zeit lasse ich mal ab. Ich hätte ja den töten können. Und ihn. Drei wird dann sofort mein Gesicht gegangen. Egal wie. Heute drei Niederlagen. Morgen dafür drei Siege wahrscheinlich. Na, wer weiß. So, das war heute kein gelohrreicher Tag für uns. Am 9. November. Wir haben drei Spiele gespielt, drei Spiele verloren. Abgestiegen wie sonst was. Aber so läuft das halt. Aber so läuft das halt. Da ist mein Maus. So läuft das halt. Man kann nicht immer gewinnen. Mit dem Zoolog Deck hat man gute Chancen, aber halt auch schwere Chancen. Wir haben wahrscheinlich so... Ab dem... Mitte November haben wir bessere Chancen, eine Legende zu erreichen. Aber ich versuche halt täglich... oder alle zwei Tage halt ein Video rauszubringen. Oder zu machen, bevor es auf YouTube kommt. Dauert es noch etwas. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Gebt einen Daumen nach oben. Gebt einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Und abonnieren und liken. Nicht vergessen, hier irgendwo vielleicht oben steht ein Abo. Zeichen, wenn ich es nicht vergesse. Und ich sage dann, ciao, ciao, Leute. Bis dann.